hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge rimworld ich grüße euch so wir haben in der letzten folge dieses wunderschöne geothermalwerk fertiggestellt ich finde das ist uns aber auch wirklich ganz gut gelungen mit der anpassung wir sollten natürlich mal schauen wie sieht es mit temperaturen aus hier ist natürlich überall sehr warm weil wir jetzt hier gar keine entlüftung haben also hier ist relativ einfach hinzubekommen und zwar machen wir das auch als allererstes temperaturen lüftung wir bauen einfach hier 22 mal die entlüftung hin jetzt ist die frage wie machen wir das hier mache ich hier eine tür rein und entlüfte hier einfach indem ich hier wieder ein dach einsätze wäre ja eine möglichkeit oder soll ich hier nach außen irgendwie wieder einen gang hin bauen so irgendwie so unseren ja auch eine lüftung ausbauen das ist jetzt die frage aber ich glaube fast wir machen das so wir werden einfach hier einfach ein ein dach einbauen also hier haben was relativ schnell dann schon kühl drin so und auch hier sollte es dann eigentlich kein problem sein nein das gefällt mir auch nicht warte mal wir machen das anders wir nehmen das wieder weg dann wird da gleich ein dach hingebaut nee warte mal ich bin ein bisschen unentschlossen doch wir lassen wir lassen eigentlich ist das doof aber habe ich irgendeine andere möglichkeit ich muss ja irgendwo muss muss die heiße luft hin doch wird wir werden kommando zurück gut also hier mal jetzt eine lüftung dann bauen wir hier noch eine tür rein hier so dann haben wir zwar hier ein loch drin ich mag das nicht so aber so haben so kriegen was hier auf jeden fall gut gelüftet und hier bleibt es relativ relativ warm so so und hier ist wieder kein kein loch kein dach so irgendwie da sollte eigentlich macht da mal irgendeiner hier macht mal einer so ich meine wäre schön wenn mal einer hier so das dach weghauen würde von euch leute so viel arbeit macht das nicht und hier sind gleich 100 grad drin wenn ihr das jetzt könntet ihr mal so ein bisschen bitte sandra du oder rodeon oh man da ist doch viel zu was macht doch mal hier das das kann ja sein da hier da so ein dach doch einmal hier also da hätte ich ja fuchsteufelswild werde ich da ja warte mal kann und da ist kein dach da ist gar kein dach und dann ist das so heiß kann ich nicht ganz begreifen warum das so heiß ist aber dann würde ich sagen machen wir mal noch eine ecke weg vielleicht hilft das ja das ist komisch beim 21 grad und hier sind dann 80 grad sehr eigenartig ok ein zweites dach hilft ein bisschen mehr auch nicht gerade dramatisch so ich weiß eigentlich ist für spiel total banane dem spiel ist egal ob die ja jetzt geht besser ob die das dach direkt hier vor den lüftungen ist oder nicht ich habe ich denke halt jetzt so wenn ich jetzt in der situation wäre und ich bräuchte die lüftung würde ich trotzdem hier ganz gerne noch im dach darüber haben einfach damit wir da nicht einfluss damit von außen nicht so leicht einfluss auf die lüftung genommen werden kann ihr versteht schon in dem da irgendwas drauf fällt oder so einfach als schutz auch für die lüftung so so verstehe ich das dach ist bescheuert ich weiß es ist total banane was ich mir da so ausdenke aber lasst mir meinen spaß ab und zu bin ich eben so gut wir haben jetzt da ein dach ist ja gerutscht und wir bauen jetzt hier ja hier müssen wir irgendwie das alles komplett anders bauen so ach nee müssen mal gar nicht ich habe gesagt wir machen das hier wie ist die tage ist mir durch die durch durch den kopf gegangen man könnte ja mal eine ganz andere art von ich sag mal straff vollzug machen indem man hier in diesem bereich zum beispiel den ich ja so nicht weiter nutze vielleicht mal so eine art ja so eine art luxus gefängnis baut also somit mit dem schlafbereich und und auch im fitnessbereich also so wo sie sich ein bisschen unterhalten können mit einer kleinen küche und dergleichen obwohl ich finde strafe sollte strafe sein sollte sollte ja nicht nicht verpäppeln aber die die wir hier reinpacken die wollen wir ja alle auch für unsere gruppe gewinnen und die die wir nicht für unsere gruppe gewinnen wollen die schmeißen wir ja eh wieder raus und ich bilde mir ein dass wir vielleicht wenn wir wenn wir halt die leute etwas naja ich sag mal besser behandeln ist vielleicht doch noch besser oder leichter fallen würden sie um zu stimmen so dass sie dann doch bitte auch mit uns zusammenarbeiten ist mir so durch die konnten durch den kopf gegangen auch das könnte ja jetzt total bescheuert sein in euren augen dass er sagt du mit deinen weltverbesserlichen ideen die sollen leiden was ja auch grundsätzlich nicht verkehrt ist aber was haltet ihr von der idee machen wir da so einen sportbereich sondern und fitnessbereich und wellnessbereich für unsere gefangenen nicht so verkehrt ja übrigens wer sich jetzt wundert warum ich jetzt hier so eine embrasure ein bau ist klar das soll die lüftung werden gut dann kommt da noch ein viertes viertes zimmer hin und hätte hier wird hier nun auch so langsam aber sicher weich gekocht den ziehen wir ja dann irgendwann zu uns und dann könnten wir eigentlich känguru auch ganz gut ja wir klauen ihm gleich das bett und lassen den umziehen wenn hier alles fertig ist ich möchte auch die die kill schränke hier wo die medikamente drin sind dass die da rauskommen die sollen hier hier vorne rein und nicht mehr hier direkt in das zimmer sozusagen marmorbrocken können sie mal abtransportieren könnte ich auch schnell gehen essenstechnisch guck mal sieht es auch jetzt schon sehr viel besser aus ja unsere felder hier die machen sich natürlich so langsam aber sicher bemerkbar ich habe gesagt mit den beiden feldern werden wir kein hunger mehr haben das ist das das geht nicht da kommt so viel an futter rein vor allem in verbindung mit denen hier noch da haben wir kein problem mehr so das auch mal weg das weg sehr schön so dann einmal hier die oberflächen glätten die sind schon geglättet ne und oder die sind sie noch gar nicht schon da schon gut auch weg einfach holztür rein ich habe schon wieder so eine fliege die mich hier nervt ich glaube ich muss sie gleich erstmal töten oder einem knasten wunderbar kinko wundert sich auch was machen die denn da was bauen die denn da alles so das ist alles marmor marmor werden wir ab da werden wir überall granit für einbauen da werden wir überall granit für einbauen ja granit wende so 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 und so ich glaube das kann man sogar frei lassen und können hier direkt das teil hier neu installieren so 9,0 ist nur noch der widerstand kinko wirst du langsam weich was hier weißt du was mach mal weg wir bauen da mal ein richtiges bett rein und zwar ach so hast du schon umgekehrt ja gut hätte jetzt nicht sein müssen aber was bauen wir denn dafür im bett rein ähm ich würde sagen wenn einfaches muss es noch nicht mal sein die hier oben ja gut das sind wir machen da gelbe betten gelb sind die knastbetten genau gelb steht für knastbett so sieht es aus so wie haben wir und reinfüllen haben wir auch schon dazu ach man immer zu wenig stahl wie sieht es mit der forschung aus aber wir arbeiten immer noch in den grundlagen für den raumflug tiefenbogen die wäre echt die wäre so geil dann können wir aus den tiefen der erde auch stahl abbauen dann haben wir kein stahlproblem mehr jetzt müssen wir wieder warten was ist hier junge sau wird ziel von rotfuchs stopp ja ne da das sehe ich aber nicht so ähm so ich lasse ja hier auch ziemlich frei jungesau 4 war das ziemlich frei herumlaufen das ist der rotfuchs nehme ich an erik ach erik kann nicht kämpfen aber olga kann kämpfen und rhodion du kannst auch kämpfen kosma kosma alles klar das war verdammt eng ist das kosma direkt angeschlagen noch geht gleich hinterher und versorgt kosma ja wie gesagt hier oben soll auch noch habe ich mir so überlegt noch so irgendwie so ein kühlschrank hin mit medizin damit wir die tiere die hier oben schlafen und die dann hier sich vielleicht eben zurückziehen so wie kosma schneller und besser versorgen können das ist natürlich nicht so optimal hier 20 prozent 51 geht ja noch aber also noch das können wir aber besser ne das können wir wirklich besser so jetzt wollte ich hier mal eben schauen ich wollte hier eigentlich schauen wegen strom denn den müssen wir ja nun auch irgendwie anders anders umlegen hinlegen strom natürlich unterirdisch so so und so und den hier den können wir schon mal wegnehmen na ja so geht das so 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 und nicht schon wieder eine Hitzewelle ist doch nicht wahr so einmal einschalten hier die Heizung müssen alle aus ach ja je warte mal eben aus da ist alles an das ist okay die sind an hier Gott jetzt müssen wir hier die ganzen Heizungen erstmal ausschalten die Lüftung wieder einschalten na so die sind an hier an alles aus alles aus 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 hier habe ich noch gar keine Lüftung reingebaut ne sehe ich gerade dann müssen wir mit Passivkühlung bearbeiten hier auch die Lüftung wieder ein und die Heizung aus habe ich da nur eine Heizung interessant was ich so alles was ich so alles habe dass ich manchmal ein bisschen verwirrt bin müsste dem das hat einen einfachen Grund ich zocke ja nebenbei äh auch nach Rimworld und zwar genau diese Welt auch natürlich läuft das Spiel ganz anders ähm aber ich habe da ab irgendwann ab einem gewissen Punkt äh habe ich das Let's Play übernommen und habe es einfach mal fort fort fortgeführt und äh bin da auch fast durch und habe so ein paar Ideen daraus habe ich jetzt auch übernommen die ich jetzt auch versuche hier im Let's Play umzusetzen äh und äh deswegen kann das schon mal passieren dass ich mir sage hm das habe ich doch längst gemacht nein das habe ich im anderen Spiel gemacht ne also nur zur Erklärung nicht dass ihr euch wundert was quatscht der denn da für ein Mist immer so zusammen ne so schauen ja ja alles ausmachen wunderbar hier können wir auch eine Seite ausmachen hier dürfte gar nicht beide an sein hier ne ist auch nicht so wie sieht es aus von der Wärme her ok hier müssen wir natürlich mit Passivkühlung noch ein bisschen arbeiten hier mal einen rein und ja hier würde ich sagen einmal da und dann schauen wir mal und vielleicht noch weil das ja doch ein recht großer Bereich ist brauchen wir da noch einen hin genau denn die Passivkühlung die hat bemerkenswert wie die alles so runterkühlt hier ist es schon mal ok hier mal anmachen und hier auch ich glaube wir können hier noch einen zweiten gebrauchen ne eine zweite Passivkühlung können wir da auf jeden Fall noch gebrauchen und hier ist natürlich Hammer wie heiß es hier ist so hier machen wir tatsächlich dann auch aus wie sieht es hier unten aus das ist auch ok du kannst dann schon mal hier rüber verlegt werden das kann natürlich auch aus ja überall Stromverschwendung ich meine wir haben ja gut Strom aber wir müssen es ja auch nicht verschwenden nach dem Orto ja wir haben es doch wir können es doch nee wir müssen es nicht also so ja also so hm 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 Ich habe jetzt eine Wurminfektion, Sandy, da musst du dich halt mal im Magen, ich meine wir haben ja künstliche Mägen, hab ich ja, also man könnte ihm einen künstlichen Magen verpassen. Nur mal so nebenbei erwähnt. So, Känguru kriegt jetzt was zu futtern. Und, wo sind wir? Gerade eben habe ich noch was gesehen von 9,8, jetzt sind wir bei 7,5. Das wird doch. Hier ist die zweite errichtet. Ja, hier haben wir auch zwei jetzt, aber das reicht völlig, wie ihr seht. Und hierfür reicht es auch, oder? 27 Grad, 43 Grad Außentemperatur. Ich meine 27 Grad ist warm, aber da kann man noch gut leben, würde ich sagen. Na? So, hier überall alles aus. Das sieht doch, was sehe ich denn hier? Das sind noch Überbleibsel aus dem Kampf gegen den Stromausfall, Stromausfall, als wir minus 12 Grad hatten. Ach herrje. So, Sakura pflanzt gleich wieder an. Wunderbar. Ja, was man nicht alles so übersieht, ne? Ist Xandy denn mittlerweile behandelt worden? Ja, ist behandelt worden. 73% ist auch okay. Hier ist auch kühl. Das ist auch in Ordnung. Das reicht auch. 26, 28, okay. Aber wenn ich da jetzt noch eine Kühlung reinbaue, dann haben wir hier, keine Ahnung, nur noch 18 Grad drin oder sowas. Das ist dann zu kalt. Da beschweren die sich gleich wieder, dass sie in der Kälte geschlafen haben. Deswegen lassen wir das mal so. Hier ist auch alles in Ordnung. 53 Grad aus dem Bart über. Leckt mich an die Füße. Ähm. Ja, und hier ist natürlich viel zu warm jetzt drin. Wir drehen mal alle nochmal 10 Grad nach unten. Verbrauchen sie halt ein bisschen mehr Strom. Aber dann sollte es an und für sich doch gehen, oder? Ne, nicht. Hier ist soweit alles gut. Es ist... Es ist unglaublich heiß. 52 Grad. Meine Güte, ne. Also hier ist alles okay. Ja, wir müssen mit Leben, dass da jetzt 6 Grad drin sind. Bei 50 Grad Außentemperatur kriegen wir es einfach nicht besser runtergekühlt. Boah, ich werde hier wahnsinnig. Hier ist eine einzige Fliege drin. Die mich zum Wahnsinn bringt. Wirklich. Ich muss die gleich mal killen. So. Und wir werden überfallen. Verschiedene... Mechanoiden. Na danke. Na wunderbar. Wir gucken uns das eben an. Hier brennt es auch. Okay. Also hier kommen zwei. Nur wie es aussieht. Okay. Und hier... Mach ich... Ich blöd, Mann. Von hier irgendwo kommen auch nochmal zwei oder so. Gut, wir machen folgendes. Was habe ich denn hier? Wir lassen Olga mal eben das da löschen. Wunderbar. Am, 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 am. Die kommen von da... Haben wir hier... Hier ist alles angestellt. Wunderbar. Da haben wir schon mal die Olga. 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 Ich geh mal da hin. Sakura. Peer. Melissa. Peter. Du reparierst ein Stromkabel? Okay. Und dann geht die Mia hier noch hin. Und Xenny. Geht dann da hin. Wunderbar. Wen haben wir jetzt hier noch? Wir haben jetzt hier noch... Rodeon. Und da hin. Was das heißt. Das ist ja unfassbar. Wie heißt das da überhaupt alles? Dann haben wir die Sandra. Die Ornella. Und die Rebecca. Alle anderen sind eingeteilt. Erik. Du verpieselst dich dahin. Und der Nock verpieselt sich dahin. Und die Tiere verpieseln sich alle nach hinten. Genau. So. Wunderbar. So. Jetzt haben wir hier alles eingestellt zur Verteidigung. Und wie das nächste Mal ausgeht. Oder wie das ausgeht. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Tja. Wir sind bei 30 Minuten. Und länger will ich sie nie anfangen. Großartig länger. Deswegen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat. Dann schaltet nächstes Mal wieder ein. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und ihr dürft mich auch abonnieren. Das würde mich echt freuen. Bis dahin. Tschüss. Euer Alien. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.